Corona-Hartliner. Sie hatten ja fast recht. Von Roger Leetsch. Jeder, der damit rechnet oder auch nur darauf hofft, dass irgendwann in naher Zukunft die Corona-Aufarbeitung beginnen wird, und zwar mit dem Eingeständnis von Fehlern auf der Seite der Alarmisten und Angstverkäufer, wird enttäuscht werden. Sie hatten ja fast recht. Stellen Sie sich vor, Sie gehen einen Fußweg entlang und wollen auf die andere Straßenseite. Sie schauen nach beiden Seiten, rechts ist frei, und das einzige Fahrrad, welches auf der linken Seite zu erkennen ist, ist noch weit weg. Kein Problem, denken Sie, und betreten die Straße. Plötzlich stürmt ein Mann auf Sie zu, schlägt Sie ins Gesicht und reißt Sie zu Boden. Verdattert rappeln Sie sich wieder hoch und wollen auf den Mann losgehen. Da brüllt er Sie an. Sie leichtsinniger, unverantwortlicher Straßenverkehrsleugner! Seien Sie froh, dass ich noch rechtzeitig zur Stelle war, um Sie vor dem sicheren Tod zu retten. Völlig verdutzt schauen Sie den Typen an. Sie zweifeln an seinem Verstand, beherrschen sich jedoch und erwidern, dass die Straße frei und das einzige Fahrrad weit und breit noch eine Minute entfernt war. Sie weisen auf den Radfahrer, der gerade in diesem Moment ruhig an Ihnen vorbeifährt. Sieht so die Gefahr aus, derentwegen Sie mich angreifen, verletzen und zu Boden reißen müssen. Doch Ihr Retter will nicht anerkennen, dass er offensichtlich einen Fehler gemacht hat und schnauzt Sie weiter an. Was, wenn das Fahrrad näher oder gar ein LKW gewesen wäre? Was, wenn Sie kein erwachsener Mann und gut zu Fuß, sondern ein Kind gewesen wären? Und was, wenn der LKW viel näher und viel schneller gewesen und das Kind mit einem Ball gespielt hätte? In gewisser Weise hatte ich einfach Pech mit meiner Vorhersage. Doch wenn nur wenige und eigentlich unbedeutende Details anders gewesen wären, dann würden Sie jetzt Ihr Leugnen bitter bereuen, mir auf Knien danken und sich nicht über eine lächerlich schmutzige Jacke ein blaues Auge und zwei ausgeschlagene Zähne beklagen, Sie elender Straßenverkehrsleugner. Aber das hat er doch erfunden, der Ledge, werden Sie denken und damit lägen Sie richtig. Jedoch nur die konkrete Situation, nicht den Typus des durchgeknallten Niederreißers mit einer Was-wäre-gewesen-wenn-Logik und den unbedeutenden Details. Diesen Typus gibt es wirklich und ein Exemplar heißt Sam Harris. Harris ist nicht irgendwer, sondern eine Art amerikanischer Richard David Precht, ein sicher einst brillanter und begabter Philosoph, Autor und Debattenredner, der in letzter Zeit jedoch keine Gelegenheit auslässt, Arschbomben in Fettnäpfchen zu landen. Nach seinem Auftritt beim Podcast Trigonometry vor etwa einem Monat und dem darauf folgenden Shitstorm löschte Harris immerhin kommentarlos seinen Twitter-Account. Harris hatte im Podcast die Twitter-Vertuschung des Skandals um Hunter Bidens Laptop damit gerechtfertigt, dass somit die Wahl von Donald Trump verhindert wurde, der viel korrupter wäre. Doch es kam noch besser. Und bevor Sie jetzt mit den Augen rollen, liebe Leser, weil ich mich schon wieder an so einem langweiligen und weit entfernten US-Thema abarbeite, nicht zu voreilig. Dem Zement, aus dem Harris' Gedankengebäude besteht und der allein der eigenen Rechtfertigung dient, begegnen wir in Deutschland auch. Und zwar überall dort, wo Politiker, Wissenschaftler und ihre mediale Meute nach dem Kollaps des Corona-Narrativs verzweifelt versuchen, in die Phase der Post-Corona-Rechtfertigung einzutreten, in der Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern werden, jede Verantwortung geleugnet, jeder Sadismus gerechtfertigt und jeder Machtmissbrauch vergeben wird. Immer nämlich, wenn Harris viel Zeit für seine Antworten hat, wie aktuell im Interview mit John Wood Jr., redet er sich um Kopf und Kragen. Zitat Wir hatten Glück, Covid hätte viel, viel schlimmer sein können. Zehn- oder 50-mal schlimmer. Wäre Covid schlimmer gewesen, hätte es wirklich unsere volle Aufmerksamkeit bekommen und wenn es wirklich unleugbar gewesen wäre, hätten wir andere politische Gespräche darüber gehabt. Es gäbe nicht diese Skeptiker und Brad Weinstein hätte nicht 83 Podcasts über die Gefahren des Impfstoffes herausgebracht, wenn nur ein paar Variablen anders gewesen wären. Wenn etwa Kinder statt älterer Leute besonders betroffen gewesen wären und zu 100.000 gestorben wären, wir hätten ganz andere Erfahrungen gemacht. Es hätte keine Toleranz für Skeptiker gegeben. Oder was wäre, wenn die Impfstoffe wirklich die Übertragung gestoppt hätten, statt nur das Zeitfenster ein wenig zu verkleinern, in dem die Übertragung möglich ist? Falls sie das tun, ich weiß es nicht. Nehmen wir an, wir haben ein wenig mehr Übertragungsverhinderung und Kinder sterben massenhaft. Die Obsession der Verschwörungstheoretiker, die offensichtlich psychisch krank und aus dem Gleichgewicht sind, man hätte keine Geduld mit denen gehabt. Zitat Ende. In gewisser Weise hatten wir Pech, so Harris. Und dieses Wir inkludiert all die Wegsperrer, Geschäftesschließer, Durchimpfer, hart gegen Andersdenkende Durchgreifer und Kapitalismus-Resetter, dass man bei 80-Jährigen oft nicht sagen konnte, ob sie an oder mit Covid starben. Ach, und eine Schlussfolgerung hängt bei Harris in der Luft wie Mandelduft in der Marzipanfabrik. Wären es doch nur Kinder gewesen. Waren es aber nicht. Brad Weinstein lag richtig. Genau wie Robert Malone. Und Sam Harris lag falsch. Er liegt immer noch falsch. Doch ein Hätte es da keinen Felsen gegeben, rettet den Kapitän der Costa Concordia ebenso wenig vor Gericht, wie ein Die Kraftwerke hätten ja auch ausreichen können, postfaktisch vor dem Blackout schützt. Man kann nicht faktische Details einfach umdrehen und zack, Beweis erbracht, sagen. Die Hätte-Pirouette, die Harris hier auf dünnem Eis dreht, hat Verwandte, die wir alle nur zu gut kennen. Das Sprichwort beschreibt den Hund, den ein großes Geschäft von der Hasenjagd abhält. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück machte Hätte-Hätte-Fahrradkette daraus und die Ableitung des Kölschern, et hätt no emma jod jajange, führt uns schlussendlich zur Fauci-Lauterbachschen-Vermutung, die da lautet, krank mit Covid? Seien Sie froh, dass Sie geboostert sind. Es hätte sonst viel schlimmer kommen können. Sollten Sie die Sache überleben, können Sie kaum das Gegenteil beweisen. Wenn nicht, auch nicht. Es ist die Letztbegründung, wenn alle Argumente außer Kraft sind. Dem Hätte sei Dank. Details verbogen und dreimal schwarzer Kater. Um im Bild vom Anfang zu bleiben. Natürlich war es nicht allein Sam Harris, der sie verprügelt und ihnen die Zähne eingeschlagen hat, um sie vor einem Fahrrad am Horizont zu retten. Aber ebenso wenig wie dieser werden sich die Politiker und die Staatsapparate bei ihnen entschuldigen oder ihre Zahnarztrechnung bezahlen. Jeder, der damit rechnet oder auch nur darauf hofft, dass irgendwann in naher Zukunft die Aufarbeitung beginnen wird, und zwar mit dem Eingeständnis von Fehlern auf der Seite der Alarmisten und Angstverkäufer, wird enttäuscht werden. Man wird vielmehr weiterhin Entschuldigungen von Ihnen und mir erwarten, liebe Leser. Für unsere Renitenz, unsere Zweifel und Fragen, unsere Lesegewohnheiten, unser Beharren auf unveränderlichen Rechten und letztendlich dafür, dass wir von Anfang an richtig lagen. Und man wird in der Manier von Sam Harris hätte Pirouetten drehen, um die eigenen Fehlentscheidungen wie im Modellversuch mit anderen Parametern rückwirkend weiß zu waschen. Es hätten doch auch Kinder sein können. Die Covid-Impfungen und Corona-Maßnahmen hätten wirksam und der Mund aus Käse sein können. Dann würden Sie und ich, die Leugner und Skeptiker, jetzt aber ganz schön dumm dastehen. Tun wir aber nicht. Und falls Sie sich jetzt fragen, liebe Leser, Sam Harris, aka Karl Lauterbach, Christian Drosten, Lothar Wieler, Frank-Ulrich Montgomery, Boris Palmer, Stefan Weil, Winfried Kretschmann und wie sie alle heißen, würde sie jederzeit wieder auf die Straße werfen, denn er weiß es eben einfach besser als sie. Selbst wenn er nicht weiß, was er weiß und Fahrrad nicht von LKW unterscheiden kann. ZEB, WOLF, 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 W Vielen Dank.